Ich wollte, ich wär ein Huhn, in der Version für Corona. Nun bin ich einsam, aber froh. Im Käfig ganz allein, lass keine Keime rein. Mit meiner Maske auf der Couch atmet ich aus und ein. Mein Virologe sagt, so würde ich betagt. Und sterbe ich auch an Einsamkeit, ich hab mich nie beklagt. Ich brauche nie mehr ins Büro. Ich bin nun tot, zwar aber froh und gesund.